DAX-Trading 2.09.2019 Tagesgewinn, 1.100 Euro String-Theorie-Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Heute ist Montag, der 2. September 2019. Der DAX steht jetzt um 8.58 Uhr bei 11.921 Punkten. Ich gehe jetzt von einer Steigerung aus und kaufe einen neuen DAX für 11.921 Punkte. Jetzt ist es 9.35 Uhr. Der DAX ist gestiegen und steht jetzt bei 11.961 Punkten. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 40 DAX-Punkte mit. Jetzt ist es 9.38 Uhr. Der DAX ist weiter gestiegen und steht auf 11.962 Punkte. Ich mache jetzt einen Leerverkauf für 11.962 Punkten. Nunmehr haben wir es 10.09 Uhr. Der DAX ist gefallen auf 11.930 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 32 DAX-Punkte mit. Jetzt haben wir es 10.12 Uhr. Der DAX ist gestiegen auf 11.932 Punkte. Ich kaufe einen neuen DAX für 11.932 Punkten. Nunmehr haben wir es 10.47 Uhr und der DAX ist tatsächlich etwas gestiegen und steht auf 11.952 Punkten. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 20 DAX-Punkten mit. Ein DAX-Punkte hat heute einen Wert von 11.95 Euro und ich möchte jetzt Schluss machen nach 2 Stunden und habe heute verdient 40 DAX-Punkte plus 30 DAX-Punkte. DAX-Punkte sind 92 DAX-Punkte, also umgerechnet etwa 1100 Euro Gewinn.